Paris, März 2011. Bei einer Demonstration gegen Scientology werden Sektenanhänger handgreiflich. Wir sind gerade von Scientologen attackiert worden. Das also verstehen Sie unter freier Meinungsäußerung. Weltweit bekämpft die Sekte Kritiker, Behörden und Medien mit einem Geheimdienst, dem Office of Special Affairs, OSA. Ich würde behaupten, dass die OSA-Abteilung von Scientology eine der ältesten Geheimdienste der Welt ist. Sie arbeiten mittlerweile ohne Unterbrechung seit über 50 Jahren. Der Geheimdienst OSA ist für Scientology etwa das, was für die DDR die Stasi gewesen ist. Wir wollen mehr über diese Spezialabteilung der Sekte wissen und haben über ein Jahr recherchiert. Wozu braucht eine Glaubensgemeinschaft einen Geheimdienst? Und was sind seine Aufgaben? Die Scientologen behaupten, OSA sei ihr Presse- und Rechtsamt. Tatsächlich soll diese Spezialabteilung... Die Scientologen behaupten, OSA sei ihr Presse- und Rechtsamt. Die Scientologen behaupten, OSA sei ihr Presse- und Rechtsamt. Ein Dorf in Brandenburg. Der ehemalige Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche, Thomas Gando, hier links im Bild, hat regelmäßig Besuch von Gary Armstrong, einem amerikanischen Scientology-Aussteiger. In den 70er Jahren war Gary Armstrong ein enger Mitarbeiter des Sektengründers L. Ron Hubbard. Der Scientology-Chef war sogar sein Trauzeuge. Damals arbeitete Armstrong an einer Biografie des Sektenführers. Im Verlauf dieser Recherchen habe ich die Tatsache dokumentiert, dass der Mann über sein gesamtes Leben gelogen hatte. Er log über seine Familie, seine Ausbildung, seine Zeugnisse. Er war auch kein Nuklearphysiker. Er log über so viele Dinge, dass für mich die ganze Scientology, alles, an das ich geglaubt hatte, zusammenbrach. Das war ganz und gar keine ethische Organisation. Es war eine höchst unethische Organisation. Seit seinem Ausstieg Anfang der 80er Jahre ist Gary Armstrong international als Berater bei Problemen mit Scientology tätig. Seit 30 Jahren folgt ihm der Geheimdienst. Auch in Bukautal tauchen seit seiner Ankunft Beobachter auf. OSA treibt einen erheblichen Aufwand, um den Amerikaner zu überwachen. An einem Tag im Frühjahr 2003 wollen Gando und Armstrong in Berlin an einem Gottesdienst teilnehmen. Plötzlich tauchen Verfolger auf. Und dann sahen wir, dass er Fotos machte. Meine Begleiter dachten, er hätte eine Pistole. Es war furchterregend. Die Verfolgungsjagd löst ein großes Medienecho aus. Der Täter, ein Berliner Immobiliengutachter, muss später eine Buße wegen Eingriffs in die Verkehrsordnung zahlen. Scientology räumt ein, dass ein Mitglied für die Aktion verantwortlich ist. Ich habe von keiner Sekte erlebt, was ich von Scientology erlebt habe, dass ich auch physisch angegriffen worden bin. Armstrong sammelt seit langem Berichte über solche Vorkommnisse. Für ihn ist die Autobahnverfolgung kein Einzelfall. Ich glaube, es gibt nichts, das sie nicht für Scientology tun würden. Wir wissen, dass sie jede Straftat für Scientology begehen werden. Und wenn der Druck auf Scientology und ihren Führer weiter wächst, wird es immer wahrscheinlicher, dass es zu einer Katastrophe, zu Mordanschlägen kommt. Sogar Tote? Und ein brandenburgisches Dorf als Ziel von Scientology? Scientology ist ein Weltkonzern. Nahezu überall gibt es Niederlassungen und somit auch den Geheimdienst. Im Internet präsentiert sich die Organisation als komplexe Struktur von zahllosen Vereinigungen und Firmen. 1954 gründet der Amerikaner L. Ron Hubbard, ein Science-Fiction-Autor, die Sekte. Ihr Ziel ist die sogenannte Befreiung des Planeten Erde, Clear Planet genannt, und der Aufbau einer neuen Zivilisation ohne Geisteskrankheiten, ohne Verbrecher und ohne Krieg. Hubbard behauptet, dass Scientology die einzige Technologie besitzt, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die Psychotechnik Auditing. Eine Art Lügendetektortest mit Rückführung in vergangene Leben. Kritiker bezeichnen diese Methode als klassische Gehirnwäsche. Ron Hubbard war im Zweiten Weltkrieg im US-Marine-Geheimdienst und lebte später lange auf einem Schiff. Gesetzesüberschreitungen, schrieb er, seien notwendig, um die Ziele von Scientology zu erreichen. Lügen, Stehlen, Bestechen und eine Reihe anderer Vergehen seien als Mittel, die Menschheit zu retten, erlaubt. Dafür gründet Hubbard seinen eigenen Geheimdienst in den 60er Jahren. Er nennt ihn zuerst Guardians Office, Wächterbüro. Bald arbeiten mehr als 1000 Agenten und Zuträger für den Dienst. Hubbard stellt für sie Ziele auf, wie zum Beispiel Feinde auszumerzen sein und die Kontrolle über Medien und Politiker erlangt werden könne. Er verfasst seitenweise Handlungsbefehle für Abhöraktionen, verdeckte Recherchen oder Desinformationskampagnen. Das ist David Miscavige, Hubbards Nachfolger. Seit 30 Jahren herrscht er über die Scientologen und setzt Hubbards Direktiven um. Hollywoodstars wie John Travolta helfen dabei. Scientology kann auch auf die Mitarbeit anderer prominenter zählen, wie Kirstie Alley. Oder Tom Cruise. Hier mit Miscavige. Im Buch des Scientology-Aussteigers Mark Hadley lesen wir atemberaubende Schilderungen aus dem Sektenhauptquartier. Hadley erzählt darin auch, dass ihn der Scientology-Geheimdienst nach seinem Ausstieg 2005 schikaniert habe. Wir wollen mit ihm in Kontakt treten. Wir reisen nach Washington D.C., um uns mit ihm zu treffen. Musik Mark Hadley hat früher Scientology-Propagandafilme produziert. Heute ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann im Bereich Multimedia. Die meisten Leute, die für OSA arbeiten, sind 20, 30, 40 Jahre bei Scientology. Es sind hundertprozentige Scientologen, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für die Sekte arbeiten. Die machen nichts anderes. Die OSA-Leute sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Menschheit von ihnen abhängt. Wenn sie nicht das tun oder schaffen, was David Miscavige ihnen befiehlt, dann könnte das Überleben der Menschheit gefährdet sein. Washington. In den 70er Jahren geraten der Sektengründer Hubbard und Scientology mit den US-Behörden in Konflikt. Auf das Konto des Sektengeheimdienstes geht damals einer der größten internen Spionageskandale der US-Geschichte. Genannt Operation Snow White. Ziel, eine regierungsamtliche Untersuchung von Scientology abzuwehren. Scientology-Agenten infiltrieren Behörden und Ministerien. Sie stehlen tausende von Akten, hören Politiker ab und gelangen so an geheime Informationen über Maßnahmen der Regierung gegen die Sekte. Eine dunkle Affäre, die die USA erschüttert. Das FBI hat die Affäre 1977 aufgedeckt. Elf führende Scientologen werden damals zu Haftstrafen verurteilt. Scientology stürzt in eine schwere Krise. Auch vom Finanzamt kommt damals Druck. Es drohten hunderte Millionen Steuerschulden. Scientology geht zum Gegenangriff über, verklagt tausende Mitarbeiter der Behörde, setzt Privatdetektive ein und legt die Behörde damit fast lahm. 1993 kapituliert das Amt. Scientology wird als gemeinnützig anerkannt und erhält völlige Steuerfreiheit. Damit ist die Sekte nicht mehr geächtet, sondern gesellschaftsfähig. Weltweit. Warum die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten diejenige ist, die bestimmt, wer als Religion gemeinnützig ist, ergibt eigentlich nicht viel Sinn. Aber die Scientologen sahen es als einen entscheidenden Weg an, um als Religion in anderen Ländern anerkannt zu werden. Der Sieg über die Steuerbehörde geht auf das Konto von OSA. Wir erfahren, welch gewaltigen Einsatz von Personal und Geld der Geheimdienst getrieben hat. Dessen Chef war damals Mike Rinder. Wir sehen uns alte Aufnahmen von Mike Rinder im Einsatz an. Er ist das Kind von Scientologen, ist unter Miscavige aufgestiegen und führt seit den 80er Jahren den Geheimdienst. Dabei macht er sich viele Feinde. Im Internet lesen wir, dass Rinder 2007 ausgestiegen ist. Die Ideologie vertritt er aber immer noch. Er ist jetzt Sprecher einer Gruppe namens Unabhängige Scientologen. Wir wollen Kontakt mit ihm aufnehmen. Hochrangige, frühere Sektenmitglieder helfen uns, ein Treffen zu arrangieren. Wir reisen nach Florida. Dort soll sich der Ex-Geheimdienstchef aufhalten. Ein amerikanischer Kollege holt uns ab. Er hat über einen Mittelsmann Kontakt mit Rinder gehalten. Ein Interview scheint möglich. Allerdings will sich der ehemalige OSA-Chef noch nicht auf Zeit und Ort festlegen. Wir müssen warten. Am nächsten Tag teilt uns der Mittelsmann den Treffpunkt und die Zeit mit. Mike Rinder hat jedoch Bedingungen gestellt. Kritische Fragen über den Sektengründer Hubbard sind tabu. Oder wenn es ein Problem gibt, wer zuerst bekommt, dann geht es um den Treffpunkt. Ganz in Geheimdienstmanier findet das Treffen in einem Hotel in der Nähe der Stadt Tampa, St. Petersburg statt. Mike Rinder ist auf der Hut. Mit dem Sektenführer Miscavige hat er sich total zerstritten. Der frühere Jäger ist zum Gejagten geworden. Mike Rinder zeigt uns, was das bedeutet. Fast tägliche Belästigung durch Männer, die er als OSA-Agenten bezeichnet. Er führt uns ein Video vor, gefilmt in seinem Büro. Okay, wenn du immer noch nicht meinst, dass es reicht, hau ab! Die Polizei ist unterwegs. Du bist ein Vollidiot. Du hast Probleme, Dinge zu verstehen. Du willst kein Lockvogel der Church of Scientology sein, Jim? Geh! Geh! Verlass das Grundstück! Verlass das Grundstück! Verlass das Grundstück! Mike Rinder wird offenbar mit seinen eigenen Methoden bekämpft. Warum braucht die Church ein Büro für spezielle Angelegenheiten? Weil eine Kirche in einer säkularen Gesellschaft existiert. Ob das Büro für spezielle Angelegenheiten so sein sollte, wie es ist, das ist eine andere Frage. Aber da man mit Medien und rechtlichen Fragen umgehen muss, auch mit den Behörden, deshalb vermute ich, dass auch die katholische Kirche Leute dafür hat. Die eigentliche Frage ist doch, wird OSA, so wie es bei Scientology strukturiert ist, wirklich gebraucht? Und die Antwort darauf ist, nein. Ich glaube, dass OSA als Abteilung in der Church of Scientology momentan sehr viel mehr Schaden anrichtet, als Gutes bewirkt. Ich glaube, dass OSA für sehr schlechte PR sorgt. Und dass es juristische Fragen aufwirft, die wahrscheinlich noch ein Riesenproblem für Scientology werden. Und ich glaube, vor allem ist OSA ein Spiegelbild der manischen Psychose von David Miscavige. Die manische Psychose von David Miscavige. Bitte heißen Sie Mr. Mike Rinder willkommen. Miscavige ließ seinen Geheimdienstchef früher bejubeln. Denn OSA hatte viel dafür getan, den großen Sieg der Steuerbefreiung zu erringen. Miscavige weiß sehr gut, dass man, zumindest in den USA, sehr gut geschützt ist vor Strafverfolgung. Sogar vor Zivilklagen, vor jeder Art äußerer Eingriffe in die Angelegenheiten der Church. Weil sich amerikanische Gerichte wegen des Rechts auf freie Religionsausübung nicht einmischen dürfen. Die Steuerbefreiung schuf einen gewaltigen Schutzschild vor jedem äußeren Einblick in und äußeren Einfluss auf die Church. Die Gemeinnützigkeit schützt auch das Office of Special Affairs. Seine drei wichtigsten Abteilungen sind Investigations, Ermittlungen, Public Affairs, Öffentlichkeitsarbeit und Legal Section, die Rechtsabteilung. So wie Scientology organisiert ist, gibt es überall genau die gleichen Operationen. In jedem Land, in dem sie aktiv sind. Es gibt eine Liste von Hubbard-Anweisungen, die Miscavige für OSA überarbeitet hat. Darin stehen exakt dieselben Strategien und Operationen. Und exakt dieselben Abteilungen tun exakt dasselbe in jedem einzelnen Land. Wir fliegen zurück nach Europa und wollen einer der ersten großen OSA-Operationen in Deutschland nachgehen. Unser Ziel ist Rehmagen am Rhein. Hier wohnt der Anwalt Ingo Heinemann. Schon Anfang der 70er Jahre ging er als Jurist eines Verbrauchervereins gegen Scientology vor. Seine Mandanten fühlten sich von Scientology betrogen. Um angeblich geistig frei zu werden, hatten sie extrem teure Kursgebühren bezahlt. Heinemann gerät so ins Visier von OSA. Heute betreibt er eine der umfangreichsten Internetseiten über die Sekte. Ich halte die in jeder Hinsicht für gefährlich. Einmal für den Verbraucher. Verbraucher werden massiv geschädigt. Diejenigen, die da reingehen, nicht nur Geld, sondern in der kompletten Lebensführung und Lebenshaltung. Zum anderen aber auch durchaus die Öffentlichkeit. Das ist letzten Endes der Grund auch, warum der Verfassungsschutz sich damit befasst. Würden Sie sagen, dass Scientology verfassungsfeindlich ist? Ja. Das ist eindeutig. Scientology ist verfassungsfeindlich. Verfassungsfeindlich kann durchaus sein, wer ständig den Strafgesetzen zuwider handelt. Und da bin ich der Meinung, das ist bei Scientology der Fall. Ja, und dann gibt es aber auch durchaus die menschen- und grundrechtliche Schiene. Und auch da bin ich der Meinung. Lässt sich das belegen? Bespitzelt und beschattet wurde Heinemann von ihm, Norman Suchanek. Der gelernte Buchhalter ging zu Scientology, weil er sich durch den Besuch der Persönlichkeitskurse mehr Erfolg im Privat- und Berufsleben erhoffte. Mit uns spricht Suchanek, weil er heute seine Taten als OSA-Agent bereut. OSA suchte Personal, weil die gegen die Gegner verstärkt vorgehen wollten. Und da wurde ich angeworben. Und es war also mir nicht mal bekannt, was die Zielperson genau gemacht hatte. Es wurde einfach gesagt, das ist ein Böser, da müssen wir was gegen tun, das ist ein Feind, das ist ein Gegner. Und wir brauchen jemand, der den bespitzelt. Suchanek soll eine alte Geheimdiensttechnik anwenden. Den Müll der Zielperson stehlen und durchsuchen. Anfang der 90er Jahre fährt Norman Suchanek mit einem Kollegen zum Haus von Ingo Heinemann und stiehlt den Müll. Immer wieder. Monatelang. Die Tonne bringt er anschließend zurück. Die gestohlenen Unterlagen schickt er an ein gemietetes Postfach in Hamburg. Suchanek stützt sich auf geheime OSA-Richtlinien. Was er tun soll, steht in einem sogenannten Plan für Untersuchungen in Deutschland. Was konnten Sie denn feststellen in dem Müll von Herrn Heinemann, was über ihn Aufschlüsse ergeben hätte? Ja, es wurde nach allem, was irgendwie informativ war, gefragt. Dazu zählte natürlich Schriftverkehr jeder Art, dazu zählten eben Medikamente, ob Alkohol konsumiert wurde. Alles war von Interesse, welche Zeitungen gelesen wurden. Ebenso wichtig ist es, die Lebensgewohnheiten der Zielperson auszuspionieren. Auch nachts steht Suchanek vor dem Haus von Ingo Heinemann. St. Troll, die will alles wissen über die Gegner. Die haben also in einem anderen Fall, von dem ich weiß, wussten die genau, welche Krankheiten der hat und so weiter und so fort. Die wollen alles wissen, um sich ein Bild zu machen oder für weitere Maßnahmen. Im Kopf hat Suchanek damals die OSA-Regeln des Sektengründers Hubbard. Geheimdienstmethoden nach dem Vorbild von CIA und KGB. Es gab Anleitungen für alle möglichen Dinge, zum Beispiel Anleitungen, wie man flüssig Lügen lernt. Es gab aber ebenso gut Anweisungen, wie man Stalking durchführt. Da gibt es genau vorgeschriebene Regeln, wie man damit kaum erwischt wird, aber dennoch dem Stalking-Opfer da wirklich was dem Übel zusetzen kann und viele andere Dinge. Es gibt die Anweisung, dass man Leute finanziell ruinieren soll, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn Sie sowas gelesen haben, hat Sie das nicht schockiert? Es hätte es eigentlich müssen, aber als Scientologe neigt man dazu, sehr zu Harbert empor zu schauen. Und sagt sich, ja, der wird schon wissen, was er geschrieben hat. Ich selbst kann es noch nicht so begreifen, aber er wird schon seine Gründe gehabt haben. Und auf die Art und Weise akzeptiert er dann alles. Verschuldet durch den Besuch der teuren Kurse verlässt Norman Suchanek schließlich Scientology. Seine Probleme hatten sich entgegen seinen Erwartungen nicht verbessert. Sie wurden schlimmer. Ingo Heinemann glaubt noch heute, von OSA überwacht zu werden, weil er die Anti-Scientology-Internetseite betreibt. Ich halte Scientology nach wie vor für eine kriminelle Organisation. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Scientologe ein Krimineller ist. Das ganz und gar nicht. Aber die Organisation als solche basiert auf Straftaten und hat das immerhin die ganzen Jahre durchgehalten. Durch eine Razzia kommt damals heraus, dass Ingo Heinemann vom Geheimdienst einer Sekte bespitzelt wird. Die Spur führt uns nach München. Das Scientology-Zentrum in München. 1984 durchsucht die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Anzeigen von Ingo Heinemann und anderen Kritikern verschiedene Scientology-Objekte in der Stadt. Die Ermittler stoßen auf brisante Papiere, die uns vorliegen. Darunter der sogenannte Head-Write-Up. Detaillierte Direktiven für OSA-Geheimagenten. Etwas Ähnliches ist in Deutschland noch nie gefunden worden. Wir haben eine Verabredung im Amtsgericht München. Mit dem Mann, der damals die Ermittlungen im Fall Heinemann geführt hat. Als wir ankommen, will der inzwischen pensionierte Beamte plötzlich nicht mehr vor der Kamera reden. Um seine Familie zu schützen, sagt er. Umsonst sind wir trotzdem nicht nach München gefahren. Der ausgewiesene Scientology-Kritiker bestätigt uns, dass die damaligen Ermittlungen geplante OSA-Operationen in Deutschland enthüllten. Und wir haben erfahren, welchen Druck Scientology gegen seine Kritiker aufbauen kann. Scientology sammelt alle Daten. Die der Mitglieder und auch die der externen Feinde. Diese Informationen werden von den lokalen OSA-Büros nach Los Angeles geleitet. So verfügen Miscavige und sein Geheimdienst über ein riesiges Archiv, auf das sie jederzeit Zugriff haben. Auch über den Aussteiger Mark Headley gibt es ein solches Dossier, das uns vorliegt. Es ist eine Mischung aus Ermittlungsakte und Abhörprotokollen. Telefongespräche sind aufgezeichnet, private und geschäftliche Beziehungen. Sogar der Ablauf eines Geburtstagsfestes ist minutiös festgehalten. OSA wirbt zudem Horden von Anwälten und Privatdetektiven an. Und OSA benutzt auch ganz normale Scientology-Mitglieder auf der ganzen Welt als Agenten. Diese Leute werden von OSA dann aufgefordert, sich mit jemandem bekannt zu machen oder herauszufinden, ob jemand mit anderen über Scientology redet oder irgendetwas, das OSA interessiert, weil es um Scientology geht. Die bayerische Landesregierung in München wird von Scientology besonders bekämpft. In München hat OSA seine Deutschlandzentrale. Und die Landesregierung geht schon seit den 80er Jahren hart gegen den Geheimdienst vor. Der Geheimdienst OSA ist für Scientology etwa das, was für die DDR die Stasi gewesen ist. Sein System, Informationen zu sammeln, aber dann auch aus diesen Informationen ganz systematisch Aktivitäten zu entwickeln. Also beispielsweise Informationen dann gegen die Menschen einzusetzen, wenn sie aussteigen wollen, dann werden die potenziellen Aussteiger damit erpresst, dass diese Informationen ganz bewusst an die Öffentlichkeit gegeben werden. Oder gegen Feinde von Scientology wird systematisch ermittelt durch quasi Sicherheitsmaßnahmen, also durch geheimdienstliche Maßnahmen, um dann gegen diese Feinde von Scientology vorzugehen. Das bedeutet, dass es wirklich ein Unterdrückungssystem ist, das letztlich nach dem System der Stasi gearbeitet hat und arbeitet. Der deutsche Verfassungsschutz geht davon aus, dass OSA einen immensen personellen und finanziellen Aufwand betreibt, um Informationen zu gewinnen. Das Geld dafür komme aus der sogenannten Kriegskasse, in die nicht nur gut betuchte Scientologen größere Summen spenden. Insider vermuten in der Kriegskasse derzeit rund eine Milliarde Dollar. In einer schriftlichen Stellungnahme der Pressestelle von Scientology wird dies bestritten. Der Grund, warum Scientology und OSA mit ihren Aktionen unbehelligt davon kommen, liegt in ihrer Finanzkraft. Tatsächlich ist es so, dass alles, was da geschieht und als illegal betrachtet werden könnte, am Rande der Legalität stattfindet. Die Infiltration, das Bespitzeln, die Privatdetektive, all das funktioniert nur durch das Geld. Als ich in den 2000er Jahren noch dabei war, wurden für OSA wöchentlich 100.000 Dollar ausgegeben. So viel bekamen sie pro Woche. Wir fassen zusammen. Hochrangige Ex-Scientologen bestätigen die Existenz eines sekteninternen Geheimdienstes namens OSA, der Kritiker und Aussteiger bespitzelt und schikaniert. Sie sagen, dass OSA über nahezu unbegrenzte Geldmittel verfüge. Wir werden sehen, dass die Sekte, um ihre Ziele zu erreichen, nicht nur Geld einsetzt, sondern auch Prominente, die Einfluss auf US-Politiker haben, vor allem berühmte Hollywood-Schauspieler. Wir erfahren, auch nach Rinders Ausstieg gelingt es OSA weiterhin, amerikanische Politiker für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Um dieser Spur zu folgen, fahren wir nach Hamburg. 1992 gründet der Senat die Arbeitsgruppe Scientology. Ihr Auftrag, Aufklärung über die Sekte. Wir wollen wissen, wie Scientology darauf reagiert hat. Denn das Amt mit seinen staatlichen Mitteln wird im US-Hauptquartier der Sekte als Gefahr gesehen. OSA wird eingeschaltet und übernimmt die Observation der Chefin dieser Behörde, Ursula Caberta. Heute noch eine aktive Kritikerin der Psychosekte. Für OSA wird sie zum Feindbild Nummer eins, da sie der deutschen Regierung Gründe für ein Scientology-Verbot liefert. Mit regelmäßigen Überwachungen versucht OSA, sie einzuschüchtern. Angst darf man nicht haben, da braucht man gar nicht anfangen. Weil Angst ist ja ein Instrument, was Scientology zur Macht verhilft. Das ist ja das, sie wollen ja Angst machen. Angst einjagen soll ihr vor allem ein spezieller OSA-Agent, der auch Privatdetektiv ist. Dieser Scientologe schnüffelt seit Jahren hinter Ursula Caberta her. Er befragt als Reporter getarnt Firmen nach Details ihrer Anti-Scientology-Haltung. Er tritt auch als Privatdetektiv im Auftrag einer amerikanischen Anwaltskanzlei auf. Er erkundigt sich bei Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen. Er sucht wunde Punkte in Cabertas Vergangenheit, um sie öffentlich zu diskreditieren. Wir fahren in einen kleinen Ort in der Nähe von Hamburg, wo der Privatdetektiv eine Firma betreibt. Ein Gespräch mit uns lehnt er ab. Wenig später überrascht er uns auf der örtlichen Tankstelle. Es kommt zum Handgemenge, als er uns die Kamera entreißen will. Pass auf, pass auf, du lässt das Ding stehen, sonst hau ich dir in die Fratze. Wenn du jetzt abhaust, hau ich dich platt. Dann bekommen sie eine Anzeige. Du wirst mich kennenlernen. Moment. Dann fährst du aber mit dem Krankenwagen heim. Das muss ich einkalkulieren. Baus ab. Als wir Stunden später vor der Hamburger Scientology-Zentrale filmen, ist der Privatdetektiv auch schon da. Spätestens jetzt weiß Scientology, dass wir an diesem Film über sie arbeiten. Doch als wir um ein Interview bitten, werden wir hingehalten. Wir sollen erst einmal unsere Fragen einreichen. Detektive, Anwälte und Sektenmitglieder, die mit aggressiven Mitteln eine Scientologische Gesellschaft durchsetzen wollen, stehen seit Jahren unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Die Arbeit ist Ländersache. Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg gehen am konsequentesten gegen den Sektengeheimdienst vor und veröffentlichen regelmäßig Berichte über OSA. Wir wollen in Hamburg erfahren, warum der Dienst sich mit OSA beschäftigt. Scientology hat sehr deutlich erklärt und hat davon niemals Abstand genommen, dass sie eine neue Zivilisation wollen und dass es sich um eine Scientologische Zivilisation handeln soll. Und sie haben auch sehr deutlich gesagt, und davon nehmen sie auch keinen Abstand, dass es erst eine wahre Demokratie mit Scientologen gäbe. Und tatsächlich ist es so, dass es sich um einen totalitären Psychokult handelt, mit eindeutigen politischen Ambitionen und in einem Scientologischen System. Und da hat das OVG Münster 2008 die Sicht des Verfassungsschutzes bestätigt. Scientology verlor da ja grandios das Verfahren. Die wollten sich ja von der Beobachtung verfreien, also da hat es ein Gericht bestätigt. Tatsächlich, es ist so, in einem Scientologischen System wären Grundrechte, auf die wir Wert legen, abwesend oder zumindest stark eingeschränkt. Wir erfahren in diesem Gespräch auch, dass der Verfassungsschutz erst kürzlich in Hamburg einen OSA-Agenten enttarnt hat. Es sind da ein paar Profis drunter, das merkt man, wenn OSA-Agenten aus den USA hierher kommen. Die betreiben ja glattweg Observationen von den USA durchgehend bis nach Hamburg in den Flugzeugen, sitzen hinter den Kritikern in der Reihe, hören vielleicht auch sogar dabei noch zu, was die reden. Und übergeben hier an deutsche Scientologen, die sich als Observanten betätigen. Und da merkt man sehr deutlich, dass die aus den USA herkommen, meistens etwas professioneller sind. Observationen in Deutschland, auch heute noch? Im Sommer 2011 werden wir tatsächlich Zeugen einer solchen Überwachung, am Hamburger Flughafen. Ursula Caberta erwartet dort wie so oft einen hochrangigen Scientology-Aussteiger aus den USA. Wir bemerken, dass auffällig unauffällige Menschen Fotos machen. Diese Frau fotografiert hinter einem Schild. Ein anderer beobachtet. Uns fallen mindestens sechs Personen auf, die die Ankunft dokumentieren und per Handy übertragen. Ursula Caberta begrüßt den Gast Marty Rathburn, ehemals die Nummer zwei bei Scientology nach David Miscavige. Wir sichten noch weitere Observanten. Top-Aussteiger wie Rathburn sind laut Hubbard Unterdrücker, das heißt Erzfeinde der Sekte. Weltweit jagt ihr Geheimdienst mit seinen Detektiven Dutzende solcher Unterdrücker. Man will sie zum Schweigen bringen. Einen der Leute, die Rathburn fotografieren und der uns besonders auffällt, sprechen wir an. Hallo, guten Tag, wir sind von Arte. Wovon sind Sie von Arte? Wollten Sie auch Marty Rathburn begrüßen? Wen wollten wir was? Marty Rathburn begrüßen. Wer ist das? Den Sie eben so fotografiert haben. Ah. Und, haben Sie was dagegen? Die kennen Sie jetzt? Nicht. Warum fotografieren Sie den denn da? Weil ich viele Leute fotografiere, genauso wie ich Sie jetzt fotografiere. Problem? Mal wieder sind einige also sehr neugierig, wen Caberta so alles empfängt. Die resolute Hamburgerin ist auch unserem amerikanischen Gesprächspartner nicht unbekannt. Wir wussten, dass sie durch und durch die böseste Person war, die jemals auf der Erde gelebt hat. Wir alle wussten das. Wir wussten es als Tatsache. Aufgrund der Informationen, die man uns gab. Aufgrund der Bilder, die man uns zeigte. Aufgrund der Geschichten, die man uns darüber, was sie getan hatte, erzählte. Wir wussten ohne den geringsten Zweifel, dass sie der böseste Mensch auf der Welt war. Auch Mike Rinder hat in Deutschland gegen Caberta demonstriert. Hat die Hamburgerin im Internet auf sogenannte Hassseiten gestellt, auf denen sie diffamiert wird. Ich glaube, Sie nannten sie den neuen Goebbels. Erinnern Sie sich? Wahrscheinlich. Nein. Ich meine, das überrascht mich nicht. Ich denke, dass ich versucht habe, sie so darzustellen. Gerade in den USA. Ich bezweifle nicht, dass ich das gesagt habe. Was war sie für Scientology? Sie nervte gewaltig. Das amerikanische Generalkonsulat in Hamburg. Mehrfach ist Ursula Caberta hier vorgeladen worden, um sich für ihre Maßnahmen gegen Scientology zu rechtfertigen. Wie hier in Hamburg setzen sich Behörden der US-Regierung regelmäßig massiv für den Sektenkonzern ein. Der jährliche Menschenrechtsbericht des State Department berügt Deutschland immer wieder für seine angebliche Diskriminierung von Scientologen. Seitdem die deutsche Regierung Scientology als totalitäre Organisation einstuft, kommt erheblicher Druck aus den USA. Meist vom Außenministerium, dem die Konsulate weltweit unterstehen. Beim Wikileaks-Skandal 2010 kommt heraus, dass sich das US-Generalkonsulat sehr für Caberta interessiert. Eine Konsulatsdepesche belegt, dass ein Hamburger Staatsrat Behördeninterner über Caberta weitergegeben hat. Im Konsulat fanden Veranstaltungen statt, auf denen für die Scientology-Organisation Narconon geworben wurde. US-Amerikanisches Generalkonsulat lädt ein, und die haben eine bestimmte Einladungsliste von Wirtschaftsleuten, von Politikern, Polizeipräsidenten, Politiker, Abgeordnete, alles. Wenn ich als eine extremistische Organisation an die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Kultur herankommen will, dann ist keine bessere Plattform gegeben als ein amerikanisches Generalkonsulat. Und genau das machen sie, und das zeigt den Einfluss. Weil natürlich, mindestens zehn Leute da wieder rausgehen, wenn nicht mehr, nach dem Motto, ja, wenn die Amerikaner sehen, das ist doch auch nicht so schlimm. Wieso denn wieder gerade die Deutschen? Das genau gehört in die Strategie von Hubbard ausgearbeitet. Wir müssen ein Klima schaffen, wo Scientology ohne Belästigung wachsen und gedeihen kann. Und dazu dient dann ein US-Amerikanisches Generalkonsulat. Ich finde, das ist ein massiver Einfluss. Das Konsulat bestätigt dies jedoch nicht und lehnt ein Interview zum Thema ab. Wir haben Ex-Geheimdienstchef Rinder um eine Einschätzung gebeten. Wie bekommen Sie das dann weitergeleitet an den amerikanischen Konsul in Hamburg? Ich weiß nicht. Sie veranlassen das State Department. Sie briefen das State Department und bringen die dazu, die Konsulen vor Ort zu instruieren. Und wer schafft es, das State Department dazu zu bringen, das zu tun? Die Leute, die zu Ihnen gehen und mit Ihnen reden. Ann Archer ging hin. Osser-Vize-Chef Kurt Weiland ging hin. John Travolta ging hin. Ein Haufen von Lobbyisten gingen hin. Anwälte gingen hin. Ich selbst ging zum State Department. Es ging darum, jemanden dort zu briefen, was es mit der Diskriminierung von Scientologen in Deutschland auf sich hatte. Berlins Bürgermeister mit Scientology-Werbeträger Tom Cruise. Durch die Welt zu reisen und die Leute zu treffen, die ich getroffen habe, weißt du, mit diesen Führern auf verschiedenen Gebieten zu reden. Sie wollen Hilfe. Und sie alle hängen von Leuten ab, die wissend sind und die effektiv sein können und es auch sind. Und das sind wir. Und das sind wir. Inbrünstig preist Tom Cruise eine Organisation, die in Deutschland als verfassungsfeindlich gilt. Und die US-Regierung unterstützt diesen Sektenkonzern. Die US-Regierung versteht sich hier als gewissermaßen auch Schutzmacht einer Organisation, die in den USA zu Hause ist. Das ist soweit vom Ansatz her nachvollziehbar. Wir haben aber eben eine offensichtlich völlig andere Einschätzung dieser Organisation. Die Gefährlichkeit wird in den USA unterschätzt. Oder es ist eben, wie gesagt, zum Teil schon so, dass Scientology auf Teile auch der ganzen US-Führung schon zu viel Einfluss hat. Sodass auch von daher dann schon eben diese Reaktion rühren. Wir lassen uns davon jedenfalls nicht beirren. Ich habe eine klare Meinung über Scientology und von der werde ich mich auch von niemandem abbringen lassen. Anders als in Bayern ist es inzwischen in Hamburg. 2010 schafft die Hamburger Landesregierung die Arbeitsgruppe Scientology von Ursula Caberta plötzlich ab. Argument zu teuer. Wir wollen wissen, ob das US-Konsulat vielleicht damit zu tun hat. Wir machen einen Besuch im Hamburger Stadtparlament, das die Abschaffung gebilligt hat. Hier sitzt auch jener Mann, der laut Diplomatendepesche im US-Konsulat über Caberta plauderte. Der ehemalige Staatsrat und erste Bürgermeister Christoph Ahlhaus. Alle unsere Interviewanfragen hat er abgelehnt. In einer Sitzungspause versuchen wir es auf gut Glück. Herr Ahlhaus, vom SWR. Wir müssen jetzt rein. Wir haben gerne eine Frage zu Scientology. Nie. Später. Später. Wir müssen rein. Sie haben... Doch auch später will er nicht mit uns reden. Vor Cabertas Büro demonstrieren Scientologen. Die OSA-Pressesprecher Frank Busch und Jörg Städtler sind mit dabei. Solche Veranstaltungen sind die Aufgabe der PR-Abteilung von OSA. Obwohl wir seit Monaten beim Büro für spezielle Angelegenheiten, so der deutsche Titel, anfragen, haben wir keinen Interviewtermin erhalten. Doch hier kommt Jörg Städtler von der Deutschland-Abteilung von OSA plötzlich selbst auf uns zu. Und mein Antrag besteht, das kann Sie aufnehmen. Setzen wir uns zusammen. Ja, und Sie wollen nicht. Und Sie haben mir auch gesagt, Sie sind nicht interessiert daran, Recherchen zu machen. Doch, aber erst nach einem Vorgespräch. Das ist der Punkt. Das Vorgespräch haben wir jetzt schon sechsmal geführt. Am Telefon, per E-Mail. Nein, nein, das war immer, nein, ich will kein Vorgespräch. Das war das Gespräch. Das stimmt auch gar nicht. Wir haben bestimmt sechsmal telefoniert. Ich habe Ihnen schriftlich alles geschickt, Sie sind nicht bereit zu einem Fernsehinterview. Stimmt nicht, das stimmt nicht. Sie haben ungefähr 15 Mails, die Sie nicht beantwortet haben, wo die Fragen von mir nicht beantwortet wurden. Das ist nicht so, dass Fernsehen stellt Ihnen Fragen und es ist nicht so, dass Sie das Fernsehen dürfen. Das ist eine zweite Frage. Nein, aber wir dürfen doch hinterfragen, wir dürfen doch Ihre Fragen hinterfragen. Stettlers Kameraleute filmen uns. Wir fragen, warum Scientology überhaupt einen Geheimdienst hat. Hier zum Beispiel eine OSA-Anleitung, die man gemacht hat für die Agenten, die dann den Herrn Heinemann überwacht haben. Echt wahr. Ich habe hier in der Hand Original-Telefon-Protokolle aus Original-OSA-Dokumenten, die bei Mark Hedley erstellt wurden. Ja, das haben Sie von der Website von Herrn Heinemann, ja? Nein, diese Ordnerlage habe ich von Mark Hedley. Ja, das ist die Frage, ja? Und woher, und so brauchen Sie solche Informationen, Herr Stettler? Sie müssen mir das einfach mal zeigen. Das ist ja, schauen Sie, Herr Töss. Herr Stettler, wozu müssen Sie wissen, wen Herr Hedley um wie viel Uhr wann anruft? Ja, das habe ich keine Ahnung, was da, was da Sache ist, woher Sie diese Informationen, schauen Sie, wir sind ja in, wir sind ja in Kontakt. Stettler ist ein Medienprofi und weiß, wie man Journalistenfragen ausweicht. Tatsächlich haben wir seit Monaten bei Scientology um einen Interviewtermin gebeten. Wir beantworteten lange Listen mit Gegenfragen, trotzdem bekamen wir keinen Termin. Man wolle lieber in eine Live-Sendung kommen. Stettler bestätigt uns immerhin per E-Mail ein Urteil aus Münster, wonach Stellen aus dem Schrifttum von Hubbard als nicht grundgesetzkonform bewertet werden. Über internationale Vernetzungen können wir so bei Scientology nichts erfahren. Sehr aktiv ist Scientology auch in Frankreich. Es ist das einzige Land in Westeuropa, das ernsthaft versucht hat, Scientology aufzulösen. Wir fahren nach Paris. Nirgends kam der Sektengeheimdienst so weit. Er beschaffte Informationen aus Ministerien und sogar aus dem Büro des Staatspräsidenten. Im Fokus von Osa stand der Journalist und Buchautor Serge Faubert. Er hat alle großen Scientology-Prozesse beobachtet und ein Buch über den Sektengeheimdienst geschrieben. Serge Faubert deckte auf, dass Osa zu Beginn der 90er Jahre in höchste politische Gremien eingedrungen war. Ihm wurden interne Telexe von Osa Frankreich zugespielt. Empfänger, das internationale Hauptquartier in Los Angeles. Scientology war es damals gelungen, Agenten in den Spitzen von Ministerien zu platzieren. Sogar ins direkte Umfeld des Präsidenten François Mitterrand schleuste Osa einen Spion ein. Sein Deckname F10. Faubert zeigt uns die originalen Dokumente. Osa wollte Informationen über geplante Anti-Scientology-Operationen des Staates bekommen. Und drei Top-Scientologen sollten aus der Haft befreit werden. Der Agent F10 ist ein ehemaliger Elite-Polizist. Er arbeitet so erfolgreich, dass es im internen Osa-Bericht heißt... Das Justizministerium wird oft durch den Präsidenten der Republik ausgeschaltet, dessen Befehle direkt an die Direktion für Strafangelegenheiten gehen. Das ist eine direkte Verbindung, die jetzt für uns arbeitet. F10 wird auch in Sachen inhaftierter Scientologen tätig. Wenig später schickt Osa ein Telex nach Los Angeles. Die Nachricht ist... Okay, es klappt. Die Ampel steht auf grün. Tatsächlich werden die drei angeklagten Top-Scientologen freigelassen. Bevor es damals Ermittlungen gab, erzählt uns Faubert, setzte sich der Osa-Agent F10 nach Afrika ab. Zuletzt wurde er in Uganda gesehen. Und damit haben die Church of Scientology und Osa eine große Lobbyarbeit beim französischen Präsidenten geleistet. Denn auch die Gerichtsverfahren wurden damals durch die mangelnde Unterstützung seitens des Staates stark behindert. Serge Faubert macht deutlich, welche Möglichkeiten Osa besitzt. Einen Agenten direkt beim Präsidenten. Das war ein Erfolg. Immer wieder gelingt es Scientology, Gerichtsverfahren in Frankreich zu überstehen. Aber im Januar 2012 bestätigt das Pariser Berufungsgericht ein aufsehenerregendes Urteil. Die Sekte wird zu 600.000 Euro Strafe verurteilt. Wegen bandenmäßigen Betrugs. Der größte private Geheimdienst der Welt hat das nicht verhindern können. Doch er arbeitet weiter gegen eine mögliche Auflösung von Scientology in Frankreich durch den Staat. Also Osa ist ganz offensichtlich der Geheimdienst von Scientology. Und die sind ganz sicher gefährlich, denn sie sind bereit, Methoden anzuwenden, die totalitär sind. Einer der Verantwortlichen, Mike Reinder, hat gesagt, dass man die Gegner von Scientology auslöschen muss. Das heißt, dass Scientology bereit ist, alle möglichen Mittel zu nutzen, um sich den Gegnern von Scientology zu widersetzen. Im Internet finden wir ähnliche Zitate von Mike Reinder. Er wiederholt wörtlich, was Sektengründer Hubbard und dessen Nachfolger Miscavige gepredigt haben. Aufnahmen von Mike Reinder in Aktion als Osa-Chef. Im Ausland sind fast alle Einsätze mit seinem Namen verbunden, auch in Frankreich. Ich habe immer geglaubt, dass die Probleme in Frankreich, Deutschland oder Russland oder wer weiß wo, eins der vielen Probleme, die Miscavige hat, ist, dass ihn eigentlich an der Zukunft nichts weiter interessiert, als sein eigenes persönliches Wohlbefinden. Ich habe es immer für sehr problematisch gehalten, die Zügel in irgendwelchen Ländern schleifen zu lassen, weil ich überzeugt bin, dass es letztlich doch Folgen hat, was irgendwo anders in der Welt geschieht. Und dafür gibt es jede Menge Präzedenzfälle. In den französischen Medien wird viel über den Einfluss aus Amerika berichtet. Der Druck aus den USA steigt, wenn die Regierung in Paris Maßnahmen gegen Scientology erwägt. Zum Beispiel 2001. Mitglieder des mächtigen Komitees für auswärtige Beziehungen im US-Senat drohen mit Einführung der Visa-Pflicht für Franzosen, sollten die Feindseligkeiten anhalten. Ja, es gab politische Interventionen. Erhebliche politische Interventionen. Amtlicherseits hat namentlich Madeleine Albright als Außenministerin beim damaligen Premierminister direkt interveniert, um die Scientologen zu unterstützen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von amerikanischen Politikern, die Scientology verteidigen. Wie ist es möglich, dass sich US-Politiker auch in Frankreich so stark machen für Scientology? In Hinterzimmern der Regierungen soll ein Klima des Wohlwollens für die angeblich verfolgte Glaubensgemeinschaft geschaffen werden. Die Erfolge werden in Scientology-Zeitschriften gefeiert. Wie aber hat Mike Winder dies fertiggebracht? Es wurde gemacht, indem die richtigen Leute angeheuert wurden. So wie alles in Washington gemacht wird. Sie können einen früheren Beamten des Außenministeriums, der jetzt Privatmann ist, einstellen. Sie können einen Lobbyisten einstellen, der dann eben Mr. Wichtig kennt. Sie können diesen Menschen anheuern. Alles in Washington läuft über Lobbyismus und darüber, die Leute zu finden, die die Leute kennen, die mit den Leuten zu Mittag essen, die mit den Leuten reden können. Wir verlassen Paris. Vorher haben wir versucht, ein offizielles Interview mit Scientology zu führen. Doch wir haben nur eine schriftliche Absage erhalten. Gern hätten wir nach OSA-Agenten in der Staatsspitze gefragt, nach Verbindungen zu offiziellen Stellen in den USA. Solche Fragen stellen sich auch in anderen europäischen Ländern. Deshalb fahren wir weiter nach Griechenland. In den 60er Jahren ankert L. Ron Hubbard mit Schiffen voller Scientologen vor der Insel Corfu und mischt sich dort in die Politik ein. Deshalb ist Scientology in Griechenland unbeliebt. Wir treffen uns mit Antonis Bosnakoudis, einem griechischen Enthüllungsjournalist. und Geheimdienstexperten. 1995 stürmen besorgte Eltern die Scientology-Zentrale in Athen, aus Angst um ihre Kinder, die dort rekrutiert wurden. Die Staatsanwaltschaft wird aktiv und lässt Scientologische Einrichtungen durchsuchen. Bosnakoudis zeigt uns Dokumente, die bei den Durchsuchungen entdeckt wurden. Darunter sind Pläne für ein Scientologisches Projekt, Bulgravia, um nach dem Fall des Kommunismus in den 90er Jahren Einfluss auf die Regierungen der Balkanländer, Bulgarien, Griechenland, Albanien und Jugoslawien zu gewinnen. Die erste Durchsuchung fand statt, weil bestimmte Ereignisse vorangingen, die zur Überzeugung geführt haben, dass etwas hier im Argen liegt. Scientology zielte ganz klar auf die Zerstörung von Familien, die Ausbeutung von Menschen und die Übertretung von Menschenrechten ab. Die Aktenfunde haben dann gezeigt, dass auch das Thema der nationalen Sicherheit betroffen war. Aus diesem Grund ordnet die Staatsanwaltschaft weitere Durchsuchungen an, um eine strafrechtliche Verfolgung der Sekte zu ermöglichen. Bei der dritten Razzia im Athena Scientology Zentrum finden die Beamten dann hunderte belastende Dokumente. Viele davon verschlüsselt. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Scientology in Griechenland keine Durchsuchung erwartet hat. Dann gab es Razzien. Und die dritte Durchsuchung hat dann aufgedeckt, wie Scientology genau funktioniert und mit welchen Methoden vorgegangen wird. Bosna Kudis zeigt uns Belege, dass OSA über rund 2000 Personen des öffentlichen Lebens in Griechenland Dossiers angelegt hat. OSA-Informanten in Geheimdiensten, Militär und Medien werden aufgeführt. Seit der Snow White-Affäre in den USA kommen so viele geheime OSA-Dokumente ans Licht. Die Razzien lösen eine Staatsaffäre aus. Wieder führt die Spur zu amerikanischen Regierungsstellen. Es gab ein Dokument, aus dem eindeutig hervorging, dass der amerikanische Geheimdienst CIA eingegriffen hat. Das war Anfang 1995, um die Abteilung der griechischen Polizei zur Sektenüberwachung dicht zu machen. OSA meldet Patelex nach Los Angeles. Die gute Nachricht ist, durch die Intervention der CIA wurde das griechische Geheimdienstbüro für Sektenfragen geschlossen und die Angestellten entlassen. Die Auswertung der Dossiers ergibt, dass prominente Personen ins Visier von OSA gerieten, wie der Minister für Öffentliche Ordnung Stelius Papasemelis. Überwachungs- und Verleumdungskampagnen laufen an. Papasemelis spricht von ausländischer Einmischung in die griechische Politik. Die Beziehungen zwischen Scientology und der CIA sind eindeutig. Das Hauptentscheidungszentrum der USA hat eine Beziehung zu Scientology. Ich selbst wurde auch zur Zielscheibe dieser Organisation. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie mir etwas Negatives anhaben könnten, aber ich konnte aus den Dokumenten ersehen, dass ich die Zielperson war. Die Athener Staatsanwaltschaft hält die Umtriebe des Sektengeheimdienstes für staatsgefährdend. Besonders die Verbindungen von OSA mit amerikanischen Behörden und Geheimdiensten beunruhigen sie. Schließlich klagt sie Scientology an, unter anderem wegen Spionage. Unter den beschlagnahmten OSA-Dokumenten befinden sich auch geheime Unterlagen der griechischen Streitkräfte. Bilder und Lagezeichnungen eines Militärflughafens bei Athen. Die Sekte wird 1997 verurteilt und ihre Lehre in Griechenland verboten. Bosna Kudis erzählt uns auf der Fahrt zur Athener Scientology-Zentrale, dass er nach der Veröffentlichung seines Bestsellers über den Skandal ernstzunehmende Drohbriefe erhielt. Die Wirtschaftskrise macht sich auch bei den griechischen Scientologen bemerkbar. Ihre Zentrale liegt in einer verwahrlosten Gegend im Zentrum Athens, direkt neben einem Drogenumschlagplatz. Von der Scientologischen Anti-Drogenabteilung Narkonon keine Spur. Stattdessen versuchen zwei Sektenanhänger, uns daran zu hindern, ihre Schaufenster zu filmen. Sie können mit unseren Repräsentanten reden. Sie können mit ihnen über alles sprechen, wenn sie sich mit ihnen verabreden. Die Scientologen wiederholen immer wieder ihre Forderung nach Abbruch der Dreharbeiten. Also erklären Sie mir, Sie zeigen diese Bücher der Öffentlichkeit. Wo ist also das Problem, wenn ich sie filme? Das Problem ist, dass Sie es filmen. Warum? Warum nicht? Das ist doch keine Antwort. Wie üblich bittet man uns, erst die Fragen schriftlich einzureichen. Dann sehe man weiter. Nach langer Diskussion dürfen wir dann doch einen leeren Scientology-Buchladen in Athen von außen drehen. Bosnakudis wurde von Scientology wegen seines Enthüllungsbuches verklagt. Doch er hat den Prozess gewonnen. Die Sekte musste Strafe zahlen, an ihn. Das Gericht befand, der Journalist hatte sorgfältig und den Tatsachen entsprechend recherchiert. Während wir in Athen sind, sind die damaligen Scientology-Einrichtungen dort weiterhin verboten. Die Sekte ist einfach unter anderem Namen aktiv. Einige der in Athen beschlagnahmten Dokumente stammen aus Russland. Sie befassen sich mit den dortigen Aktivitäten von Scientology und enthalten Hinweise auf die Infiltration der Rüstungsindustrie. Wir verlassen Athen und reisen nach Russland. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebt Scientology einen Boom in Russland und den GUS-Staaten. Die Scientologen eröffnen überall Hubbard Colleges und Dianetic Center. Auch in den staatlichen Rüstungskombinaten, z.B. in der Jagdflugzeugwerft, die neben Zivilflugzeugen auch Militärmaschinen baut. Ein in Griechenland gefundenes Osa-Telex berichtet nach Los Angeles. Der Fabrikchef von Jagd ist bereits gewonnen. Dort arbeiten 200.000 Leute. Bald können wir Hubbard Colleges auf dem Betriebsgelände eröffnen. Überall im Land absolvierten Angestellte, Führungskräfte und vor allem Manager das Auditing-Verhör, in dem nach privaten, aber auch beruflichen Geheimnissen gefragt wird. Solche Daten archiviert Scientology und gibt sie an die Zentrale in Los Angeles weiter. Moskau. Hochrangige Politiker befassen sich hier mit Scientology. Wir sind unterwegs zu einem Interview in die Staatsduma, dem russischen Parlament. Die Aktivitäten von Osa werden seit den 90er Jahren vom russischen Geheimdienst und der Regierung beobachtet. Wir haben große Bedenken, wenn solche Dianetik-Colleges in staatlichen Betrieben entstehen, besonders in Militärkomplexen. Warum ausgerechnet dort? Warum müssen da solche Organisationen hin? Steht dahinter nicht der wahre Wunsch, an ganz andere, geheime Informationen zu kommen? Informationen, die ein Militär- oder Staatsgeheimnis sind? Wenn Leute hinter solchen Informationen her sind, dann ist das Gesetzeswidrig. Bilder des russischen Geheimdienstes FSB. Polizei und Geheimdienst stürmen ein Scientology-Büro. Wie in Athen werden auch hier hunderte von Osa-Dossiers und Personenakten beschlagnahmt. Informationssammlungen über Behörden, Großbetriebe, Personen des öffentlichen Lebens. Die Berliner Zeitung deckt 1998 auf, dass der designierte russische Ministerpräsident Kirienko früher Kurse bei Scientology absolvierte. Ist der heutige Chef der Atomenergiebehörde dadurch erpressbar? Die russischen Behörden sind immer wieder schockiert über die Brisanz der Informationen und sprechen von Spionage. Die Aktenfunde zeigen, dass es Scientology gelang, in sicherheitsrelevante Bereiche einzudringen. Sie etablierten Hubbard Colleges in staatlichen Rüstungsfabriken und in geheimen Atomstädten. Doch wozu braucht eine Einrichtung, die sich als Kirche bezeichnet, Informationen über Atomwaffenanlagen? Sollten diese Informationen weitergeleitet werden? Selbstverständlich. Es ist doch offensichtlich. Wenn Scientology ihre Filialen in vielen Ländern hat und die Zentrale sich in den USA befindet, dann ist es doch klar, dass alle Informationen nach Amerika weitergeleitet werden. Es wäre kein Problem, wenn diese Organisation in einem normalen Rechtsfeld agieren würde. Aber hinter jeder Scientology-Organisation steht eine Holding. Andererseits sehen wir, dass Scientology sich als Kirche bezeichnet. Das heißt, wir haben es hier mit einem religiösen Anspruch zu tun. Unser Gesetz sieht vor, dass religiöse Organisationen steuerbefreit sind. Aber die Frage ist doch, warum stellen sie sich als Kirche dar? Für uns ist es klar, dass es eine Pseudoreligion ist. Mit undurchsichtigen Zielen. Der Nachrichtendienst FSB stuft OSA als feindlichen ausländischen Geheimdienst ein. In den russischen Medien finden wir auch viele Berichte über das Verbot zahlreicher Schriften von L. Ron Hubbard. Seit Juni 2011 stehen sie auf dem Index und sind damit offiziell verboten. Trotzdem werden sie weiter produziert. Wir haben einen Tipp von den Behörden bekommen und fahren zu einem geheimen Scientology-Objekt am Stadtrand von Moskau. Die Gebäude sind mit Stacheldraht gesichert. Wir warten. Nur selten bekommt man jemanden zu Gesicht. Hier sollen angeblich die Bücher gedruckt werden, die Russlands Regierung für extremistisch hält. Diese Bücher werden trotz des Verbotes hier in der pompösen Moskauer Scientology-Zentrale verkauft. Auf ihrem Internetportal machen die Scientologen große Werbung für Russland. Dies ist die erste ideale Scientology-Kapelle in einem Land, das nach 70 Jahren religiöser Repressionen noch immer keinen Halt gefunden hat. Der russische Staat ist sich der Gefahr, die von Scientology und OSA ausgeht, bewusst. Das zeigt ein Video eines russischen Kollegen bei YouTube. Er war bei einer Razzia im Oktober 2011 in der Moskauer Scientology-Zentrale dabei. Auf verschlossene Türen nimmt man keine Rücksicht. Wieder werden verbotene Schriften gefunden und beschlagnahmt. Unsere Recherchen zeigen, dass die Behörden sowohl in Russland wie auch in Griechenland immer wieder mit Härte gegen Scientology vorgehen und Verbote aussprechen. Dennoch bleibt die Sekte in beiden Ländern aktiv. Wir fliegen zurück nach Deutschland. Mit unseren Anfragen bei OSA Deutschland kommen wir nicht weiter. Jörg Städtler, Leiter des Deutschen Presse und Rechtsamtes der Sekte, lehnt ein offizielles Interview für diesen Film weiterhin ab. Sabine Weber, die Präsidentin von Scientology Berlin, verweist auf Städtler. Da wir auch vom internationalen Scientology-Sprecher Tommy Davis keine Antwort auf unsere zahlreichen Anfragen erhalten haben, beschließen wir, nach Hollywood zu reisen. Zum Hauptquartier von Scientology und ihrem Geheimdienst. Auch hier versuchen wir immer wieder den Scientology-Sprecher Tommy Davis zu erreichen. Jedes Mal ohne Erfolg. Deshalb fahren wir nun direkt zur Scientology-Zentrale in Hollywood. Die Zentrale, Big Blue genannt. Etwa 1000 Scientologen sollen hier arbeiten. Irgendwo hier müsste auch Tommy Davis sein. Die Straßen sind wie leergefegt. Überall sind Kameras. Sogar in den Bäumen. Alle Scientologen bekommen sofort Kontaktverbot über einen kleinen Empfänger, den sie am Gürtel tragen. Denn Journalisten sind für sie sogenannte Unterdrücker. Wir versuchen es trotzdem. Hallo? Dürfen wir Sie etwas fragen? Wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich fürchte, nein. Wir würden gern wissen, warum hier niemand mit uns reden will. Ich verstehe. Was ist der Grund dafür? Reden Scientologen nicht mit jedem? Tut mir leid, ich muss weg. deutsches Fernsehen, dürfen wir Sie etwas fragen? Warum verstecken Sie sich alle? Überall sind Sicherheitsleute. Sie melden uns der Pressestelle. Schließlich kommt eine Mitarbeiterin. Sie darf offenbar als einzige mit uns reden. Gut, das zu hören. Wir haben bereits Ihr Öffentlichkeitsbüro und Mr. Tommy Davies nach einem Interview gefragt. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, ihn vor die Kamera zu bekommen. Wissen Sie was? Er kommt auf Sie zu, sobald er die Möglichkeit hat. Aber wissen Sie, wenn Sie hier herumlaufen und unsere Gläubigen stören, dann macht das die Sache viel schwerer. Wir wollen die Gläubigen nicht stören. Natürlich würden wir nicht einfach in eine Scientology-Kirche gehen, wenn es hier eine gäbe. Was meinen Sie denn damit, wenn es hier eine gäbe? Genau hier, das sind die Kirchen. Nach Kirche sieht es für uns hier nicht gerade aus. Alles erinnert eher an eine geschäftige Firma. Wir fahren weiter. Einige hundert Meter den Hollywood-Boulevard hinauf liegt die internationale OSA-Zentrale in einem ehemaligen Bankgebäude. Vielleicht ist Tommy Davis hier zu finden. Auch hier überall Kameras. Wir bekommen kaum jemanden zu sehen. Diskret steuert Miscavige von hier aus mit etwa 100 führenden Mitarbeitern ein Netz an Informanten, Lobbyisten, Anwälten, Agenten und Detektiven. Die Art und Weise wie Scientology und OSA das betreiben geht so. Sie heuern Anwälte an, die dann ihrerseits andere Anwälte oder eine Privatdetektei anheuern, die dann Privatdetektive anheuern, die Ex-Scientologen oder Scientology-Kritiker verfolgen. Daher gibt es viele Organisationsebenen zwischen dem Einzelnen und OSA. Das macht es schwer nachzuweisen, dass ein bestimmter Privatdetektiv für eine Detektei arbeitet, die für einen Anwalt arbeitet, der für die OSA arbeitet. Sie sind sehr gut darin. Sie machen das schließlich jetzt seit 50 Jahren. Wir suchen im Internet nach Hinweisen auf Tommy Davis. Scientology schottet sich ab. Ihr Sprecher zu sein ist daher nicht leicht. Ex-Scientologen besorgen uns seine Handynummer. Wir erreichen immer nur die Mailbox. Im Internet finden wir einen Film über Scientology von amerikanischen Kollegen. Sie interviewen auch Tommy Davis. Auf kritische Fragen, etwa zum Science-Fiction-Hintergrund von Hubbards Ideologie, antwortet der Sektensprecher nicht. Plötzlich bricht Tommy Davis das Interview ab. Scientology nach außen zu vertreten, ist ein Schleudersitz. In der Öffentlichkeit ist Davis seit Monaten nicht mehr gesehen worden. Über das Internet fragen wir Ex-Scientologen, wo er sein könnte. Die Antworten sind eindeutig. Bilder des abgeschotteten Wohngeländes des Sektenführers Miscavige in der kalifornischen Wüste. Mittendrin die sogenannte SP-Hall, die Aussteiger als Umerziehungslager für missliebige Top-Scientologen bezeichnen. Ist Davis hier? Es gab dort Leute, mich eingeschlossen, die ihre Hosenbeine hochrollen mussten und auf ihren Händen und Knien auf diesem Kunstrasenteppich in dem Gebäude herumkriechen mussten. Das klingt erstmal harmlos, aber was dabei letztlich passiert, ist nicht harmlos. Man zerschrammt und verbrennt sich die Knie- und Handflächen und hat schließlich diese blutigen, verbrannten Knie und Hände und das ist wirklich ziemlich schmerzhaft. Aber die Leute mussten auf ihren Händen und Knien herumkriechen zur Strafe dafür, dass sie nicht gestanden hatten, was sie gestehen sollten, was auch immer das gerade war. Obwohl seit Jahren über Menschenrechtsverletzungen berichtet wird, hat es hier noch nie eine Polizeirazzia gegeben. Wenn die Polizei höflich nachfragt, wird erklärt, alle Personen seien freiwillig da. Beschwerden gebe es nicht. Immer wieder haben wir uns gefragt, warum die US-Politik all dies duldet. 35 Interviewanfragen zum Thema Scientology haben wir an Bürgermeister, Kongress- und Senatsabgeordnete und ehemalige Minister gestellt. Alle wurden abgelehnt. Wir machen einen letzten Versuch bei einer öffentlichen Fragestunde im Stadtparlament von Los Angeles. Hier sitzt der verantwortliche Politiker für den Bezirk, in dem die Scientology-Zentrale Big Blue liegt. Jeder US-Bürger darf hier Fragen stellen. David, unser Amerikaner im Team, füllt das Formular aus. Wenig später unterrichtet der Pressesprecher den Abgeordneten Eric Garcetti von unserem Wunsch. Die Reaktion? Wir werden unmissverständlich aufgefordert, den Saal zu verlassen. Das Lokalpolitiker Scientology Decken ist in Los Angeles nicht unbekannt. Kritiker sind auf Erstaunliches gestoßen. Diese Unterlagen zeigen Spenden, die ein Lokalpolitiker namens Jeff Stone erhalten hat. Viel Geld in kleinen Tranchen eingezahlt von Scientologen. So tarnt die Sekte ihre politische Landschaftspflege. Wir sehen uns auch ein Video der Kritiker an. Es zeigt, wie sie den Politiker Jeff Stone zur Rede stellen wollen. Er ist am Wohnort von David Miscavige zuständig. Warum laufen Sie weg? Das sind ernsthafte Sachen, Sir. Jeff Stone flüchtet. Unmittelbar danach wird einer der Kritiker ohne Begründung verhaftet. Warum nehmen Sie ihn fest? Warum nehmen Sie mich fest? Hat er nicht das Recht, es zu erfahren? Jeff Stone hat ihn befohlen, mich zu verhaften. Noch einmal und ich setze den Elektroschocker an. Als Beamter müssen Sie mir sagen, warum Sie mich festnehmen. Warum? Ich verletze Ihr Gesicht. Warum? Wir stoßen auf weitere Verbindungen zur Politik. Sie reichen bis ins Weiße Haus. Während der Regierung von Bill Clinton erlangte Scientology die Steuerbefreiung. Hillary Clinton setzt sich immer wieder für Scientology Organisationen wie zum Beispiel Narconon ein. Bill Clinton schreibt als US-Präsident mehrfach Gastartikel in der Scientology Zeitschrift Freiheit. Wie lässt sich das erklären? In Hollywood ist viel Geld zu holen, auch für Wahlkämpfe. Nach unseren Recherchen einer der Gründe, warum hier die Fäden zusammenlaufen zwischen Scientology, Schauspielern und Politik. Auf solchen Galas werden berühmte und wohlhabende Scientologen oft aufgefordert, in die Kriegskasse zu spenden. Die meisten wissen nicht, was OSA mit ihrem Geld macht. Doch manche kommen zur Besinnung. Mit Scientology-Stars wie dem Jazzmusiker Chick Corea und der Filmschauspielerin Kirstie Alley wuchs dieser junge Mann auf, Tiziano Luli. In der Italo-amerikanischen Community ist Tiziano Luli heute ein Star. Als Kind prominenter Scientologen wurde er von klein auf indoktriniert. Er habe nichts von den Intrigen und Übergriffen geahnt, sagt er. Dann, im Jahr 2010, stieg er aus. Der Musiker lebt über den Dächern von Hollywood. Wir nehmen sein Angebot an, ihn an seinem Wohnort zu interviewen. Früher wurde er wie alle Scientology- Berühmtheiten hofiert. Heute wird er rund um die Uhr beschattet, seit er die Organisation verließ. Ich bin ausgestiegen, weil ich einfach zu viel gesehen hatte. Scientology war nicht mehr, wie ich es kannte. Ich versuchte zu verstehen, was da vor sich ging. Das unverholene Geld eintreiben, das offensichtliche Fehlen von Mitgefühl. Es war mehr so eine Art Nazi- Umgebung dort. Und ich habe es immer gehasst, wissen Sie? Und während man bei Scientology ist, versucht man das zu rechtfertigen. weil es immer diese Moorrübe der Freiheit gibt, die sie dir vor die Nase halten. Du musst es so und so machen, weil wir es so machen. Nichts ergab jemals irgendeinen Sinn, aber man rechtfertigt es, weil diese ultimative Freiheit am Ende des Weges winkt, mit der man zum Superman wird. So verkaufen sie es dir. Tiziano Lulli filmt die OSA-Detektive. Über 70 verschiedene Schnüffler hat er schon aufgenommen identifiziert. Sehen Sie den dicken Kerl? Das ist derselbe, der vor meinem Haus war. Um eine Art Superman im scientologischen Sinn zu werden, hat auch Lulli im Laufe der Zeit Hunderttausende von Dollar ausgegeben. Die meisten Freunde von damals hat er durch seinen Ausstieg verloren. Doch trotz aller Schikanen bereut er seine Entscheidung nicht. Obwohl er jetzt von Scientology als Unterdrücker bezeichnet wird, lässt er sich von OSA nicht einschüchtern. Er will die Öffentlichkeit auf die Machenschaften des Geheimdienstes hinweisen. Er dreht den Spieß um und überwacht die Überwacher. Wir fahren mit. Wissen Sie, die sind immer an den gleichen Stellen. Jetzt gerade ist es ziemlich interessant, weil sie wahrscheinlich im Fluchtmodus, im Versteckmodus sind. Einige von denen sind wirklich scheu und mögen es gar nicht, wenn man ihnen zu nahe kommt. Ein Typ trägt ein Haltstuch vor dem Gesicht, um sicher zu gehen, dass man sein Gesicht nicht erwischt. Denn wie ich vermute, verlieren sie ihren Job, wenn sie erkannt werden. Es gibt für sie keine Privatheit mehr, wenn man sie aufnimmt und auf YouTube stellt. Schnell wird Tiziano Lulli fündig. Einer sitzt im Auto und macht gerade eine Pause. Er schließt sich selbst ein. Welchen Film guckt er? Hey, wie geht's? Was machen sie da drin? Offen auf dem Beifahrersitz entdecken wir seine Notizen. Öffentliche Untersuchung heißt diese Geheimdienst Taktik. Sie soll das Opfer einschüchtern. Hast du ein Problem, dass ich dich beobachte? Du hast kein Problem, mich zu beobachten. Also warum sollte es für dich ein Problem sein, wenn ich dich beobachte? Du wirst von einer korrupten Organisation bezahlt. Wie kannst du nachts schlafen? Die betreiben Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsabtreibung, schlagen ihre Mitglieder. Einen schönen Tag noch. Was für einen tollen Tag wirst du haben. Sein malerisch gelegenes Haus hat Luli inzwischen mit Alarmanlagen und Überwachungskameras aufwendig gesichert. Die Kamerabilder werden 24 Stunden lang auf sein Handy übertragen. Es ist gut, immer und überall zu wissen, wer in deinem Haus ist. Und außerdem habe ich die Aufnahmen. Zu jeder beliebigen Zeit. Die Nachbarn haben Angst vor den Detektiven und rufen oft die Polizei. Doch Luli will weitermachen und sich von Osa nicht zum Schweigen bringen lassen. Aber mittlerweile sollten sie wissen, dass das Geld, das sie bekommen, direkt von Gehirn gewaschenen Leuten erpresst wurde. Sie glauben, sie retten den Planeten, während sie in Wahrheit 50.000 Dollar pro Tag ausgeben, nur um mich, Jason Begey, Mike Grinder und Marty Rathbone zu verfolgen. Unsummen für den Geheimdienst, um Kritiker zu verfolgen, das ist die dunkle Seite der schillernden Fassade. Solange sie mitspielen, sind die prominenten sehr gern gesehene Gäste, wie hier beim Tetan-Treffen 2007. Sie sind das Scharnier der Sekte zur Politik. Ganz nebenbei werden bei vertraulichen Gesprächen Politiker überzeugt, das Richtige zu tun, wenn sie sich für Scientology einsetzen. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, sagt Mike Rinder. Es gibt immer eine Gegenleistung für diese Sachen. Das geht immer, also, sie wollen Tom Cruise als Helfer für ihre nächste Wahl und so weiter. Er soll zu ihrer nächsten Spendengala kommen. Sie möchten John Travolta? Und nichts davon wird festgelegt. Aber es ist die Weise, wie alles gemacht wird in Washington. Wir machen uns auf den Weg zu unserer letzten Station, der Stadt Clearwater in Florida. Das Mekka der Scientologen. Dort haben Scientology und Osa beinahe ihr Ziel erreicht. Eine Welt nur mit Scientologen. Clearwater war einst ein beliebter Badeort in Florida. Heute sei die Stadt fest in Scientologischer Hand, sagen die Bewohner. Tausende von Scientologen aus der ganzen Welt kommen nach Flagg, so heißt die Zentrale, um die Brücke zur totalen geistigen Freiheit zu beschreiten. Sie besuchen extrem teure Kurse und lassen sich auditieren. In Clearwater schlägt das Herz des Sekten Konzerns. Jede Woche setzt Scientology hier angeblich bis zu zwei Millionen Dollar um. Die Arbeit machen die mies bezahlten Scientology Soldaten, die das Stadtbild bestimmen. Aus dieser paramilitärischen sogenannten Sea-Org rekrutiert auch Osa seine Mitarbeiter. Ein Wachmann will uns vertreiben und ruft die Polizei. Tatsächlich hält uns wenig später die Polizei an. Nachdem wir gründlich überprüft wurden und versprochen haben, kein Scientologisches Gelände zu betreten, dürfen wir weiterfahren. Wir passieren einen der riesigen Wohnkomplexe, in denen die uniformierten Scientologen kasaniert leben. Alles ist wie ein Hochsicherheitstrakt abgesichert. Der Anwalt Luke Leroux hier links ist bekannt in Clearwater. Er hat immer wieder Menschen erfolgreich gegen den Sektenkonzern vertreten. Ich bin tief traurig. Clearwater war eine wunderschöne kleine Stadt. Sie hatte viele kleine Läden und Geschäfte. Sie war als ein hübscher Ort bekannt und war wahrscheinlich der Edelstein von Floridas Westküste. Wir haben hier einen der schönsten Strände der Welt. Aber jetzt hier durchzufahren und den Schaden zu sehen, den nicht nur die Wirtschaftskrise angerichtet hat, sondern auch der Ruf als Hauptquartier dieser einzigartig aggressiven Organisation, die so viele Dinge vor der Öffentlichkeit versteckt und meiner Ansicht nach so hart danach trachtet, das ganze Universum zu erobern und alle Menschen zu Seientologen zu machen. Das verstört mich sehr. Im Stadtzentrum halten wir an. Bis Mitte der 80er Jahre wehren sich die Bürger von Clearwater gegen die Invasion der Scientologen. Doch gegen die geballte Scientologische Finanzkraft können sie wenig ausrichten. Das öffentliche Leben wird weitgehend von Scientology bestimmt. Politik, Wirtschaft, Justiz, Kultur. Gibt es Widerstand, sagen Ehemalige, kümmert sich OSA darum. Mit Druck, Geld, Lobbyismus. Es gibt ein perfektes Beispiel. In Clearwater gab es einen Richter, der sehr stark gegen Scientology eingestellt war. Und Scientology veranstaltete damals eine Tanzgala und lud den Richter dazu ein. Der einzige Zweck der ganzen Veranstaltung bestand darin, dass John Travolta mit der Frau des Richters tanzen sollte. Alles sollte nur auf den Moment hinsteuern, wenn John Travolta zu der Frau gehen würde und sagte, Hallo, darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Seither kann der Richter nur jedem erzählen, dass seine Frau einmal mit John Travolta getanzt hat. Überflüssig zu sagen, dass dieser Richter nie wieder eine Bedrohung für Scientology in Clearwater darstellte. Die Kommune zahlt einen hohen Preis. Weil Scientology keine Steuern abführt, ist die Stadt bankrott. Geschäfte schließen reihenweise. In dem Orwellschen Ambiente will kaum noch jemand wohnen. Verlassen wir das Auto, haben wir Sicherheits- oder OSA-Personal auf den Fersen und werden gefilmt. Wir fragen einen Mitarbeiter nach seinem Chef, Scientology Sprecher Tommy Davis. Wo ist Ihr Chef? Sie können alle Fragen an das Freedom Magazine richten. Sind Sie ein Scientologe? Sie können alle Ihre Fragen an das Freedom Magazine richten. Sind Sie ein Roboter? Sie können alle Ihre Fragen an das Freedom Magazine richten. In Clearwater wird deutlich, Scientology verfügt über nahezu unbegrenzte Mittel, um alles dafür zu tun, was Sektengründer L. Ron Hubbard die Sicherung des Überlebens von Scientology nannte. Unbegrenzte Mittel, steuerfrei, auch und gerade für den Geheimdienst. Scientology ist ein Konzern. Sie sind ein Multimillionen, vielleicht sogar ein Multimilliarden Konzern. Und am Ende gewinnt, wer die meisten Chips auf dem Tisch hat. Ich glaube, das hat Scientology perfektioniert. Am Abend verlassen wir das Mecker der Scientologen. Bis weit nach Mitternacht brennt das Licht in ihren Büros. Osa, so heißt es, schläft nie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020